Das noch länger provoziert und aufregt hier diese Scheiße. Ja, wo ist es denn? Oh, fahr da hoch! Geht das denn? Fah- Wahnsinn! Oh, Wahnsinn! Dieser Hurenbaum, ey. Verpiss dich, du Drecksbaum, Alter. Oh, hier, guck, fahr. Oh, fahr doch bitte. Was ist das, du Huren-Scheiße, Alter. Wo will er denn ganz hin? Und jetzt ist da kein Button gewesen. Du kriegst die Tür nicht zu. Jetzt muss ich die ganze Fotzenkacke hier nochmal machen. Ich hab die Schnauze voll, Mann. Ich hab echt die Schnauze voll. Warum bin ich denn so ehrgeizig, ey. Und kann einfach nicht aufhören. Oh, Gott. Oh, Mann, hör doch jetzt bitte auf. Beim zweiten Ficksprung, Alter, muss er schief springen, ist klar. Meine Fresse, das ist der Wahnsinn. Wie lange willst du mir jetzt auf die Eier gehen, du Scheißrennen? Guck mal, fahr, du Mistau, Alter. Aber, Mann, jetzt ist doch gut. Mann, ist das wieder eine ätzende Huren-Scheiße, Alter, ne? Ach, jetzt nimm ihn doch bitte. Was ist das, eine Huren-Karre, Mann? Wo will er denn hin? Alter, wo will der hin? Oh, fuck dich! Warte, Fatsche! Da rüber! Fahr da doch bitte rüber. Guck dich das an, sein Auto fährt da ohne Probleme rüber. Fahr da rüber, fahr da rüber, fahr da rüber, fahr da rüber. Hallo, fahr da jetzt rüber. Fahr da doch jetzt rüber. Fahr da doch rüber. Was ist, fahr da rüber, 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 fahr da rüber. Was für eine Hurendreckskarre, Alter.